TRUMP! Stimmt! Ich zieh meine Ulti, André zieht dann einfach seine Ulti und dann sind die gestunnt und meine Ulti kann ausbrennen und dann mega damage und dies, das und mega slow einfach und so wisst ihr Bescheid. Wir haben ein Trantl im Jungle, eine Ari in Dermity und ein Nassus auf Top-Lane. Im Gegnerteam sind auf Bot-Lane Sivir und Morgana. Im Jungle ist Shaco in der Mitte, Azir und auf Top ein Thrash. So. Und ich geh voll ab hier nun übrigens. Vor allem, das bringt voll gar nicht, wer stellt den Bogen auf Eis her, ne? Hm? Ihr Spruch bei 1 auf Eis. Ich hab ihn nicht gehört. Da, gucke. Da sagt er, wer stellt den Bogen auf Eis her. Meiner ist nicht mal Eis, alter. Mit was fängt ein Twindle an, alter? Ja. Ich weiß es nicht. Achso, ja mit... Klopp. Klopp, klopp. Das ist mal gut, ich kann mir noch schön meine Hits drauflegen. Hä, die sehen ja anders aus, die Vasallen. Ja, wegen dem Pool-Party-Event, was im Moment ist. Wieso? Wie wir sehen, wegen diesem... Ein-Event. Na, hab ich schon lange nie mehr gespielt. Ja, merken. Für mich ist das eher wie asiatische Scheiße. Asiatische Scheiße? Ja, vor allem die Nahkämpfer. Ich hoffe einfach, dass sie wir... Nicht... Mit ihrer E angefangen hat. Was eigentlich ziemlich... Unlogisch wäre. Ich mein, das ist nicht sie wir. Hm. Nein, hat sie nicht, okay. Hook. Ich liebe es nur mit zu spielen. Lol. Nein, ich hab grad Flash gedrückt. Was? Okay, das war... Gut. Das war super toll von uns. Alter, ich bin... Oh. Boah. Wahnsinn. Sie hat so wenig Leben gehabt. Ja. Sollte hab ich noch Flash, alter. Hm. Ich hab schon. Ja, hab ich noch. Nur ich... Wollte doch nicht Base zu gehen. Nee, ohne Gold ist das doof. Aber ey, man hat der Dings Morgana... Fürs Blatt. Ja. Immerhin eine positive Sache. Ja. Aber die wollen mich hier runterlassen. Das wird mal richtig... Wow, Lord. Yo. Du warst genau in ihre Kuh geflasht, sodass sie dich dreimal gehittet hat mit der Kuh. Nein. Oh Gott. Stunt, Stunt. Oh Gott. Fressen. Vor allem der Stunt hat so ne... auch ne breite Range, alter. Ja. Ist heftig. Scheiße. Scheiße. Sagen wir so... Wie Göns denen mal die beiden Kills, ne? Oh Gott, damn. Hör mal auf, alter. Irgendwie der Tod. Hä 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 hä. Was warte kurz auf das ist gleich ne Versalle. Habe ich vor, nur Schiefe ist grad im Weg. Hör. Lol. Okay, damit kann sie aber auch umgehen. Ja gut. Ist auch nicht so schwer eigentlich das Special zu timen. Dein Ernst? Jaaa, ich hab nicht gedacht, dass mein Fressen so viel Schaden macht. Egal, der lassen wir einfach pushen kurz ist. Jaaa. Wenn wir Level 6 sind. Ist so gut, GG. Richtig. Really? Sorry. Ich komm halt einfach nicht ran, wenn die Siewe dann nah genug ist. Äh. Na, bin nicht fast dran. Ja, ich bin halt dann nicht perfekt dran. Na dann lass einfach den. Okay, sie kann es echt gut timen. Oder wahrscheinlich hat sie die ganze Zeit einfach in ihren Finger drauf. Jaaa. Und wartet die ganze Zeit bis ich irgendwie... Den scheiß Eis mal user. Und hier ist eine Fliege in meinem Zimmer und die schwirrt genau über meinen Bildschirm rum, Alter. Wie die Scheiße. Hm? Würde ich mal stumpf behaupten, Schicksal. Ich wär voll drinne gewesen, Alter. Ja. Wie ist die, wie es so schön lowlife? Hätt ich mal jetzt Flash. Ist ja nicht Special raus, okay. Ich hab gleich gestunt, oder? Nein, doch nicht. So, dann hab ich sogar bekommen. Ja, ich hab auch kein Heal bekommen. Glaub ich. Seid jedenfalls nicht so aus. Ich war halt eigentlich schon die ganze Zeit der Schack, Alter. Ja, irgendwie schon, ne? Boah. Nimm mir die Sekunde, dass du früher ne Kugel hast. Interessant. Das war klar. Oh fuck, dass er, ah! Kein Minion mehr. Oh, Hund. Oh, ich hasse mich gerade. Ich hasse dich auch. Hm, danke. Kein Ding. Ich geh gleich spät, nur mit Spitzhacke, Alter. Hm. Wie viel Gold hast du? Genug für Spitzhacke. Na gut, dein Farm ist auch, obwohl dein Farm ist besser als die, wie es. Ja? Hm. Wundert mich. Ganz ehrlich. Ja, mich auch gerade. So ein bisschen. Ari. Du hast keinen Mana. Was war das denn für ne E, Ari? What the fuck? Ist sie tot? Nee, aber der Typ stand die ganze Zeit auf einem Fleck so gesehen. Ari, ne, und verhaut sie. Na, das macht mit einmal cool. Dänkste, fit alive. Okay, das ist nice. Da kommt gleich ein Sun reingeflogen, oder? Doch nicht. Blöde, was? Ich muss fressen. Lauf. Ja, war klar. Ja, so haben wir schon Ultis, klar. Hätte ich, Ulti, hätten wir einen Kill mal wieder. Ja. Boah, da ist dein Chaco. Ja, das habe ich auch gemerkt. Und da krieg ich niemand einen Cist. Doch, krieg ich. Ich ha- I hate Chaco. Digga, wir sind scheiße, heute. Danke. Lol, nice. Ich wusste, dass er versucht mit seiner Boxster oder mit seinem Klon zu tricksen. Ja. Und... Das war ganz easy, eigentlich. Seid ihr mich mal anstrengt? Ja, wäre eine Möglichkeit, ne? Ich hätte doch grad F usen können, aber ich wusste, dass ich sterbe. Ich wollte es mir aufbewahren. Achso. Ja, gut. Ich werde zum Dunkeln zum Lass setzen gerade. Aber ich habe immer noch keine Ulti, Alter. Ich bin grad 6 gekommen. Ich jetzt auch. Okay. Das ist gut. Jetzt können wir auch mal killen. Ja, wir hatten 3 Kills jetzt auf Butler gemacht. Ne, 2. Stimmt. 2. Dings ist weggekommen. Ich bin wer von denen. Siegel glaube ich, ne? Ne. Dann ist Morgana weggekommen. Digga, warum hast du nur so wenig Life? Weil ich fress mich. Was ist jetzt? Ich komm nicht an. Ich bin mal im Back, ne? Dein Ernst? Ja, my life. Fressen? Ich komm halt nicht an. Dein Ernst? Ich konnte doch nichts machen, Alter. Wäre auch tot gewesen. Ah, ich hätte wieder hier lösen können. Das Problem ist, aber sie kann sie spielen. Ja, ist es auch. Du bist tot. Ach komm, da hat sie ihre... Verdammt. Da kann sie ihre Kuh usen. Sonst hätte das geworkt. Sonst hätte das geworkt. Ich finde, ey, das Spiel wird noch interessant. Hm? Das Spiel wird noch interessant. Ja. Ich finde es immer langweilig, wenn man die ganze Zeit so immer nur Kills macht. Die ist das Ananas. Was? Hat man zugleich gewonnen, finde ich. Boah, Bruder, Alter. Ich stehe 1-3, Alter. Das ist doch nicht doof. Ich weiß ja immer noch ihr Scheiß-Ding. Ja, ihre Kuhne. Das ist egal, wo man steht. Ich kann auch hinter einer Basal durch den betrifft mich, Alter. Ist halt eine Kuh. Ja. Oder meinst du jetzt Morgana? Ja, Morgana. Oh. Ja. 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 Wer sind sie noch? Boah, Bruder, Alter. Die spendet ihre Sache aber auch wie gut ist, ey. Komm. Das ist Ult, okay. Oh. Alter, das war Klaus, Mann. Hey, ich geh mal lieber auf Basalingschackle, ne? Ja, aber du lass mich den fressen. Oh. Hey, hat er erzählt. Wer ist denn da? Ein Assier. Aber ich kauf mir, glaube ich, nix. Oh, der verkaufst du mal Dorons Klinge. Kannst du dir dann einen BF-Zorn leisten? Ja. Ja, dann hol dir den Verkauf den. Ja, ich muss noch 30 Gold am Base warten. Ja, ist okay. Siehst du, spielt mal einmal richtig. Oh Gott, hier ist ein Assier. Loy. Good job. Eieieieiei. Das ist halt das Schlimme bei Dings hier. Du kannst trotzdem nur rein, wenn deine scheiß Kuh voll ist. Ja. Jo, sie hat KDU. Oh fuck damn, ey. Au, 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 au. Au, 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 au. Ja, pass auf, hier ist noch irgendwo ein Assier. Und der Tower müsste weg sein. Ja. Woa, holy shit. Alter! Ne, wir hier! Damn! Das ist nicht mal schön safe gespielt und nicht kiss gesnackt. Das ist nicht Aris Ernst. Aber okay, war in Ordnung, war okay. War leider ein bisschen zu weit drinnen und Dings. Ich war auch kurz ein paar Gold in der Base, dann kann ich mir schon mal... Das war trotzdem interessant. Ja, würde ich ein Ward-Item holen. Guck mal, jetzt kommen wir auch mit den Kills hinterher. Du. Hm? Jetzt kommen wir auch mit den Kills hinterher. Ja. Ja. Am Anfang 0,10. Jetzt wird trotzdem. Und der Tower hält. Echt? So hab ich mich auch ganz so gewundert, ey. Das Geile ist, ich hab schon wieder Ulti, buddy. Äh... Hm? Egal, geh rein da. Ich hab noch Ulti. Ich mach Ulti auf Morgana. Good Job. Jo. Lot. Lasst weg, sonst machen. Batz. Äh... Ja wär ne Idee. Obwohl Shaco lebt noch, Alter, ist das Problem. Na, okay, dann lass. Ich hol mir den. Hol mir KDU. Da hat er nämlich. Komm gleich. Hau ab da. Ah, sie kommt auch noch. Ich weiß. Du warst nur Kim für Drake, ne? Konnt ihn halt locker easy killen. Ja, damn. Egal, ich mach Drake. Hab's abgelenkt. War in Ordnung. Ich hol mir jetzt KDU, weil der Tower fällt, das Gleis oder so. Ja. Mach mal. Hol mir erstmal Fünferboots, damit ich ein bisschen Speed hab. Da siehste. Ja. Jetzt ist er weg. Egal, wir haben's gut lange noch gehalten eigentlich. Und? Nehmen wir noch keine Nachricht. Ich mein, wir haben den Drake. Wir haben jetzt... Ich steh 4-5, die 4-3. War keiner mit Red Buff? Mein! Sind wir also voll schreckt. Und wo leist du? Deins. Genau, bleibt der drinnen. Oh, der braucht ganz dringend Eingriffsspeed, Alter. Ja, doch. So. Wir machen jetzt einfach den Tower, ne? Ja. Holy... LOL. Toll. Es geht trundle da auch Solo rein, Alter. Ja. Daneben. Oh, beides nicht getroffen. Ja, geil! Ich stelle immer nur Mission Ward rein. Habe ich grad nicht. Oh, fuck. Haia, die war jetzt fehl. Okay, da war ein Ward drin. Tod wär ich so oder so. Ja. Ja. Da war ein Ward drin. Ich hätte einfach weggerennen sollen. Na, okay. Ich habe auch instant... ...90% Damage bekommen. Hm. Von mir ganz daneben. Sieh, wir stehen 10-4. Merke ich grad so. Huh. Okay, ich mein... Ich hab 6 Tode. Ich mein... Ich hab 4 Tode. Ich hab Hunger, Alter, ohne Scheiße, ey. Ich wollte noch nicht vergessen. Ich kann nach der MacKesheim. Haha. Wollte auch heute mal um 3 Uhr machen. Um halb 4. Meck 2. Warum? Ja, weil ich Hunger hatte. Hab gesoffen. Ja, gut. Okay. Macht Sinn. Nichts. Ich glaube, das ist der erste LoL-Part dann, der in 60 FPS hochgeladen wird. Von mir. Nice. Vor allem ist es mal ein LoL-Part nach Jahren. Gefühlt. Fährt mir gerade mal ein. Und dann mit mir, holy. Aber CW hat, guck mal, CW ist, ah, ich habe mir trotzdem erfahren. Lass mal in die Mitte gehen. Oder, nee, lass pushen, lass pushen. Ich wollte gerade sagen. Ich höre dir mal. Aber trotzdem, lass mal hier den Push schillen. Neh, aber trotzdem schalte Damage, Alter. Achso. Das Dumme ist, ich kann CW spielen. Ja. Komm hoch hier. Jetzt bin ich tot. Alter, die Morgana macht auch ein Damage. Ja. Aber das war dumm von CW. Hat CW dich gekillt? Mhm. Nee, hat sie nicht. Nee, Morgana hat mich gekillt. Ah, die spielt auch auf. AP. Ja, ich habe auch schon gesehen, dass die LoL-Nuts echt gehört. Aber außer Ulti, wenn man in der Mitte der Ulti ist, kannst du echt stehenbleiben. Ja. Du kommst echt nicht raus. Das ist das Schlimme. Aber trotzdem fick ich CW später im Zweikampf. Ja. Allein wie bei einer Ulti. Guck mal, Mitte und Top, gewinnvoll. Wir sind so da la. Ja. Wir drehen doch noch nicht auf. Wir brauchen halt beide noch unseren Damage, ne? Ja. Ist halt einfach so. Ich brauche eher mehr Angriffsspeeder als alles andere. Drag ist da, wir machen Drag. Ja, warte kurz, den Dings hier. Ja. Ja, es ist easy going that weg. Ja. Okay, das ist das Dings hier. Ja. Es ist so heftig, dass ihre Kuh auch noch zurückfliegt, obwohl sie tot ist. Ja. Mich hat es gewundert, dass dein Eisball später als Mann da war, als Mann Pfeil. Ja. Ich hatte so gehofft, ja bitte lass mein Eisball früher da sein, damit du noch Ulti usen kannst oder die Ulti noch wirkt, aber hat leider nicht gewirkt. Aber mein Slow ist so heftig, das ist in Ordnung. Ja, leider meine E zu früh gejustet. Ich schau mir mal, ich starte dich. Ja. Warte, lass doch weiter pushen, die sind alle in der Mitte, nur noch Morganas hier. Wow. Bin mal ausgewichen. Ich hab noch nicht wirklich im Itemstall. Na, bei mir geht's noch eine Zeit. Aber ich find noch einiges an Gold. Super da halt, ne. Was wollt ihr eigentlich denn? Ja, muss man halt auch mal langsam wieder ein paar Kills snacken. Ja, das war auch okay, dass du die Doppeltüren da geholt hast, ne. Zivi holt dich als letzter Atemzug. Hol sie? Ja. Oh ja, stimmt leid. und ich bin einfach zu schnell top 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 na warte lass 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 bleib mal hier im Busch komm mal zurück ich wollte auch kurz und los ja gut ich mein hab ich gesagt fucking word dachte ich mir auch ebenso den hätt sie doch ruhig 10 minuten zurückgehen können die ari ist gut aber eigentlich ist es klar dass da ein wort drin ist hätten wir uns denken können ja du bist du bist level über mir das ding ist auch alles gepusht ich glaub dann spielen wir mal wieder shako jungle ich bin dabei mach das da 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 No, no, du bist so, ich hab noch nie zu reden... Da ist noch ein Chaco. Nein, nein, ich will nicht sterben. Ich hab jetzt mal alles rauskauen, ne? Ja, aber gar nichts mehr. Ich auch nicht. Okay, ich hab eh einen Kuh. Jetzt wieder weh. Warum renne ich denn hier hin? Um mich voll zu fressen. Genau, das war ja gut. Oh Gott. Ah! Die sterben. Ich frag mich aber, wieso Twindle immer zu Suicide rein rennen. Ich renne immer automatisch mit. Ja, ich war grad dumm. Ich steh ja nur 5,9. Na komm, ich steh 6,7. Hol' ich immer kurz Boots für dich. Vor allem bei Nasus trifft sie den scheiß Grund. Ja, wo haben wir hier? Ja. Ist immer so. Aber die Dackel auch wirklich im Team, wie nicht? Ja. Ich hole nicht den Ball. Ein sterbliches Leben hat solch großes Potenzial. Du hast deins verschwendet. Ich hole nicht den Ball. Ich hole nicht den Ball. Ich hole nicht den Ball. Hier ist der Nassus mehr. Double Kill. Leute, da war ne Schakobox, really? War aber an sich ein nice Kampf. Ja. Ich mein, wir haben Dragon bekommen, wir haben vier Kills gemacht und es ist nur einer gestorben. Ey, ich hab mich aber die ganze Zeit rausgehalten erstmal. Ihr habt alles Gryos und dann kam ich Ulti gefällt. Ich hab ne Ulti gezogen, hat den Double Kill. Ich hab ne Ulti gefällt. Geh mal wieder mitten durch, das kann ich mir am besten. Ja. Das ist wirklich schlimm, Alter. Ich geh mal top, ne? Ja. Das finde ich auch immer so krass. Alle wollen immer so heftig pushen. Ab super Vasallen hätte vollkommen gereicht. Ja, danach sind sie ja nicht absichtlich gestorben. Sie wollten ja nicht weiter, also sie wollten nicht weiter pushen. Sie wurden alle angekört und dann haben sie halt selber angegriffen. Was es aber nicht so gut gewirkt hat. Ich wollte grad sagen mit Auto-Head. Wollte ich auch grad sagen, ey. Ich dachte auch. Ja. 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 Ich werde das seh. Ich habe das mal zu tun. Ich werde das mal zu tun. Ich werde das mal zu tun. Ich werde das mal zu tun. Sowas nenne ich Skill Ja, ja, ja Ich fahr mich erstmal hoch mit Live, Alter Scheiß Box Ist heftig, ne? Egal, Bluetooth da fertig Wann fährst du denn nachher zu Eli? Äh, 20 Uhr beginnt er Der hat noch kein KDU Schako Könnt ich nicht Ich brauch KDU als Schako Ja, da fühl ich mich immer so useless Weil da fehlt aber der Damage Danke, Schako Danke, Thrash Huuu Huuu Sieh, wir haben ein Crit Vom Hauptsache kann ein Twundle den scheiß Tower essen Ich weiß es nicht Doch, halber gemacht Ich weiß nicht warum ein Twundle den Tower essen kann Ja Macht einfach keinen Sinn Nö Nö Euer Team hat einen Turm zerstört So pusht man eutzutage durch Ja 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 Egal Ja Das Problem ist jetzt, in diesem Game haben sie halt auch viel, um meine Ulti abbrechen zu können. Ja, jeder eigentlich. Ja, er ist so. Ah, okay. Dweck. Yo, 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 yo. Ich bin getötet. Ja, ähm, ich bin auf dem Weg. Dann kann ich mich in letzter Art so zu instant kaufen. Komm ich noch hin, komm ich noch hin, ich kann noch mal eins bewerfen, ich schaff das. Ich kann mir wirklich in letzter Art so zu instant kaufen. So. Nice. Gucke. Vor allem die haben mehr Killed und wir gewinnen. Ich finde das immer so lustig. Wir haben im Moment besseres Teamplayer. Wir haben halt die besseren Vorteile durch die ganzen Items. Ja, durch die ganzen Teamfights. Ja, CCs. Und alle anderen Asus. Was? Ja. Wie viel Raum hat er eigentlich abguckt? 585. Ja gut. Ich meine, hab ich gesorgt? Oh mein, Low-Speed ist so geil. Fick dich. Ich bin dabei. Hey. Ich bin dabei. Ja mein Damage ist so nicht schlecht Oha Nice ulti Hol dich mal aus spartes Heavycane Joach Ich hab überlebt Dann ist was Wenn wir was hätten Meine Mutter kauft nicht mehr Die kauft nur noch für den an Nicht mehr für mich Warum? Weil ich seit paar Wochen oder zwei Wochen Nicht mehr zu Hause esse Aber auch nur weil es Alla so einen Scheiß gibt Ah da schreibt Lischer mit dir auch nur Smilies Das nirgst Nein Was ist das jetzt dein Ernst? Oh Schlampe Das war richtig dumm von mir Aber egal Q auf 600 Nur noch Nirgst du Nirgst du Nirgst du Nirgst du Das ist ein gutes Game. Aber ich schneide es auch noch viel raus, ne? Hm? Ich schneide es aber noch was raus und alles, ne? Ne, wieso? Eigentlich nicht. Good job. Assists, wooo! Ich wollte nur sagen, komm mal von mir. Den wollte ich mir noch snacken. War ein geiles Game. GG. Stand zwar 9, 13, 19, aber wey. War trotzdem ganz cool. Noch mal kurz ins Kill gesnackt. Wir sehen uns beinahs nächstes mal wieder, Leute. Haut da rein. Du musst tschüss sagen. Ciao! Hallo. Haut rein. Ich hab ihn direkt und gestreckt, ja. Hey Leute, was geht willkommen auf das Endcard von Liga der Legenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten. Rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Liga der Legenden Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vi sehen uns beim nächsten Mal.